Hallo, hier unten bin ich. Was machst du denn da oben? Lego ist angesagt. Liebe Freunde, ich habe den Lego-Film gesehen. Worum geht's? Emmett, ein junger Arbeiter in der Stadt, der sich über jeden Tag freut, seine Pflanze ist sein bester Freund zu Hause und er geht jeden Tag fröhlich zur Arbeit, wird aber dann eines Tages durch verschiedene Komplikationen aus seinem wunderbaren, einfachen Leben herausgezogen und in ein Abenteuer gestürzt, das er so vorher gar nicht ahnt. Er lernt neue Menschen kennen, allen voran das wundervolle Mädchen Wildstyle, die aber eine totale Draufgängerin ist und bei der er nicht so richtig landen kann, weil er doch eher eigentlich so ein, naja, ich will nicht sagen Weichei, aber er ist ein Weichei und er ist sich auch dessen bewusst, dass er nicht das mutigste Wesen unter der Sonne ist. Aber seine Fähigkeiten, seine Ideen sind gefragt, denn er muss seinen neuen Freunden helfen, den Präsidenten, den bösen Präsidenten Business aufzuhalten, der nämlich quasi die ganze Welt, wie er sie kennt und wie sie ist, vernichten will und auch alle Leute, die da leben, aus reiner Profit- und Machtgier, der muss natürlich aufgehalten werden. Wie ist das möglich? Wie schafft man das? Und schaffen sie es überhaupt, Emmett und seine neuen Freunde, zu denen unter anderem auch Batman gehört, warum auch immer, das findet ihr heraus, wenn ihr den Lego Movie guckt. Was soll das? Du bist der Besondere! Und die Prophezeiung sagt, dass du die wichtigste Person im ganzen Universum bist. Das bist du doch, oder? Äh, ja! Das finde ich! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich auf den Film gefreut habe, wirklich. Als ich die ersten Trailer gesehen habe, war ich sofort Feuer und Flamme für The Lego Movie und konnte es nicht mehr abwarten, bis ich endlich den Film zu sehen kriege. Ich fand den Humor super, ich fand den Look super, denn im Lego Film sieht ja alles so aus, als wenn es quasi animierte Legosteine sind. Selbst wenn irgendwas explodiert, dann bilden sich so Rauchwolken aus Legosteinen, die dann wieder so zerfallen. Tatsächlich ist alles computeranimiert, es sieht aber aus, als wenn es Stopp-Trick wäre mit richtigen Legosteinen. Also der Look ist wahnsinnig toll und es schien auch sehr lustig, einen guten Humor zu haben, der auf so sehr vielen Ebenen funktioniert, der für Kinder lustig ist, weil er albern ist, aber wo auch Erwachsene so ihre ironische Note abholen können. Haben Sie einen Termin? Ich habe einen Termin mit einem Toröffner. Ach so, Schande. Baff. Beim ersten Versuch. Ich habe dem Film wahnsinnig viele Vorschusslorbeeren gegeben, bevor ich ihn gesehen habe. Und für mich war klar, nach dem Trailer und diesem ganzen Look-in-Feel, der kann nur absolute Hammer werden. Dazu auch noch, der Regisseur von Wolfgang aussieht auf Fleischbällchen. Also was kann da schief gehen? Eine ganze Menge, wie ich leider feststellen musste. Also die Geschichte ist so ein bisschen konstruiert. Ich verstehe auch warum, weil es so ein bisschen das Gefühl rüberbringen soll, naja, ist doch egal und es ist ja Lego und wir bauen uns jetzt unsere eigene Welt und machen, was wir wollen und da kann auch alles Quatsch sein und so. Das ist durchaus die Intention dahinter und die kapiere ich auch, aber ich glaube, dass das nicht so richtig gut funktioniert hat. Es gibt zum Beispiel eine Art Gag, eine Art Witz, ich weiß nicht, wie man die nennen soll, vielleicht Stopp-Gag oder so, die in dem Film mega überstrapaziert wird. Das ist so ein, der läuft da rum und sagt, ach, ich könnte stundenlang singen und dann wird eingeblendet, fünf Stunden später, oh lala, und der singt immer noch. Diese Art Gag kommt im Lego-Movie tausendmal, gefühlt tausendmal vor. Das Problem ist, wenn eine Gag-Art immer wiederholt wird, wird die ja nicht unbedingt lustiger, sondern wenn der dann zum dritten Mal kommt, weiß man, wie der Gag jetzt funktioniert und dann ist es nur noch irgendwie halb oder ein Viertel so lustig. Und das fand ich schon schwierig. Das hat mich schon so ein bisschen geärgert, dass man da nicht irgendwie versucht hat, eine viel größere Vielfalt an den Start zu kriegen und so. Super sind natürlich die Figuren und auch ihre Charaktere, also Batman, der sehr immer so grummelig ist, aber auch so eine unsichere Art, ist wahnsinnig lustig. Ich finde auch Emmett, die Hauptfigur, lustig. Ich mag diese ganzen Gastauftritte von anderen Lego-Figuren. Die sind super, super gut. Also da hat man in die Vollen geschöpft und quer über alle Lizenzgrenzen Figuren in dem Film auftauchen lassen. Das ist wirklich so ein Zitate-Feuerwerk. Das hat mega gut funktioniert. Die Grundmessage des Lego-Movies ist, Lego ist Fantasie. Mit Lego kannst du, bei Lego ist alles möglich, aber die widerspricht dem Konzern Lego heute. Wenn ich heute in den Lego-Shop gehe, wenn ich mir heute Lego-Abteilungen in den Spielzeugläden angucke, dann könnte ich jedes Mal schier kotzen, wie scheiße angepasst das alles ist. Es gibt Lego für Mädchen mit einem tollen Pony dabei, weil Mädchen Ponys mögen. Das ist doch zum Kotzen. Lego ist genauso eine scheiß Firma wie alle anderen auch geworden. Und jetzt tun die in dem Film so, als wenn Lego die große Freiheit wäre. Es wäre schön, wenn Lego das wieder werden würde. Wenn Lego wieder sagen würde, das Spielzeug ist für Jungen und Mädchen, für Groß und Klein, für Alt und noch Älter, scheißegal für wen, für jeden, der Bock hat, damit zu spielen. Aber das ist Lego in Wahrheit nicht mehr. In der Realität ist Lego ein Konzern, der sich allen anderen Spielzeugkonzernen auch angepasst hat. So viel Gesellschaftskritik muss mir erlaubt sein. Kommen wir zurück zum Film. Der ist was Besonderes. Das hat man so noch nicht gesehen. Der sieht toll aus. Das Buch ist hier und da bisweilen ein bisschen nicht, ich will nicht sagen lieblos, aber man hätte da auch noch mehr reinstecken können. Also es ist bei weitem leider nicht so perfekt, wie ich gedacht habe. Trotzdem kriegt der Lego-Film von mir natürlich dreieinhalb von fünf Füßen. Denn Füße und Legosteine sind ja eine besonders schöne Kombination. Man muss daran glauben. Toll. Ich glaube, ich habe es kapiert. Aber kannst du es zur Sicherheit nochmal erklären? Ich habe nicht so gehört. Du bist sowas von enttäuschend. The Lego Movie. Wenn ihr jetzt den Trailer zum Lego-Film sehen wollt, dann klickt ihr oben hin. Und wenn ihr unsere Kritik zu Divergent, die Bestimmung sehen möchtet, dann klickt jetzt hier unten hin. Außerdem solltet ihr noch diesen ganz besonders schmucken Achter, also hier, das wäre ja eigentlich so ein Achter-Lego-Riegel. Und hier haben wir auch so einen schönen Achter-Riegel, der ungefähr so breit ist. Auf dem steht Abonnieren. Und wenn ihr da drauf drückt, dann wird sich für euch immer die wunderschöne Welt des Kinos und des Films offenbaren regelmäßig in eurer YouTube-Abo-Box. Deswegen schnell draufklicken. Das macht uns alle schön.